Wir stehen, er lehnt sich rein, sie kommt dazu, macht den Stress. Also hier, warte mal, es ist offen. Er lehnt sich rein, ja? Sie kommen dazu, wir stehen unter und stellen Sie dann mit, wenn Sie da weggehen? Sie sind weg, und mit diesem Weg kann man sich immer in der Plätze ziehen. Sie müssen mal gehen, dann machen wir alle. Er macht sogar Ergegnet. Er kann nicht dagegen halten. Wir wollen nur einen Ausflug durch. Ja, Herr Schuko, aber der bleibt belastbar. Wir müssen davon ausgehen, dass wir kontrollieren wollen, dass es nicht aussieht, wie dokumentarisch. Also, dass man irgendwie, das wird, glaube ich, einfach, uns ist sehr geholfen, wenn man einen Sprung hat. Das heißt, es bleibt mir eh nur, eventuell da dazwischen noch zu gehen? Ja. Die Nahen sind überhaupt nie das Problem. Also, es geht nur um die Totalen und um die Schüsse aufs Fenster, die schlichtweg von da an nicht mehr rissen. Die Schüsse aufs Fenster, die sich die Schüsse aufs Fenster und sich an nicht vorbeigehen. Das ist dann im Zimmer drin. Das ist die Geschichte vom Schwerkommen ins Zimmer. Wenn die Vernehmung fertig ist, dann dreht sich das Ganze um, dann haben wir so eine Markenfalle. Das ist die Tür vom Polizisten. Sie kommen aus der Tür raus, also andersrum. Das heißt, dass sie ein bisschen angeschnitten ist und dann ist ein Schnitt auf eine Nahe von ihrem Gesicht, von ihr, von der Position 3. Dann ein Gegenschuss auf ihn, von der Position 4 von mir, wo man seinen Blick zu ihr sieht. Wie sieht man aus Ihrer Sicht, wie da die beiden Männer aus dem Lokal rauskommen? Also die ganze Länge eigentlich. Von dem Kronen-Zeitungs-Statum bis darüber.